Ehe aus bei Anna Netrebko. Die Operndiva und ihr Ehemann Yusuf Evazov haben sich getrennt. In einer Aussendung sagte die Operndiva, Nach zehn Jahren glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago. Netrebkos Sohn entstammte noch der Beziehung mit Erwin Schrott. Wir freuen uns auf die bereits angekündigten und künftigen gemeinsamen Auftritte, stellte das Paar zugleich klar, auch in der Zukunft künstlerisch zusammenzuarbeiten zu wollen. So sind Netrebko und Evazov derzeit etwa in einer Tourandot an der Scala und im August in der Tosca in der Arena in Verona zu erleben. Wir werden keine weiteren Kommentare abgeben und wir danken uns bei allen dafür, unsere Privatleben zu respektieren, appelliert das Paar in seinem Statement abschließend. Mit der Entscheidung verliert das Klassik-Business wohl sein schillerndes Glamour-Paar. So hat sich die Weltklasse-Sopranistin mit österreichisch-russischer Doppelstaatsbürgerschaft und der aus Aserbaidschan stammende Tenor 2014 bei der gemeinsamen Arbeit in Rom kennen und lieben gelernt. Bereits 2015 erfolgte die Heirat. In Folge war das Künstler-Ehepaar zum Fickstern auf der Opernbühne und in der Society-Berichterstattung der Medien aufgestiegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020